Ahoi Leute, ich bin Arzt der Busch-Birat. Herzlich willkommen zu diesem kleinen Kurzvideo. Hier, ihr seht es neben mir, der Siggi Pop. Servus. Ja, wir haben uns getroffen für eine Tour. Wollten auf einem schönen Felsen übernachten, aber riesen Corona-bedingt ist die Natur gut besucht. Auch diese Stelle war leider überlaufen und deshalb haben wir hier in den Autos geschlafen, auch schön draußen in der Natur und ich denke, das war deutlich entspannter. Ja, auf jeden Fall. Ich habe nicht wirklich viel gefilmt. Schaut mal beim Siggi vorbei, der hat ein bisschen längeres Touren-Video gemacht. Verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Aber ich habe trotzdem ein paar Naturaufnahmen für euch gemacht. Ja, mal gucken, ein bisschen was anderes. Ohne Worte. Genießt es, trinkt einen Kaffee dabei und bleibt gesund und natürlich Weltfrieden. Was für mich. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020